Es ist ein alter Traum vieler Science-Fiction-Fans. Ein Fahrstuhl zu einer Weltraumstation. Von hier aus sollen dann Reisen in die Tiefe des Alls möglich sein. Die Basisstation dient zur Verankerung eines extrem festen Seiles. Wie auf einer Schiene soll der Aufzug in die Höhe gleiten. Doch leider gibt es bis heute kein Material, das stark genug für ein solches Seil wäre. Der Fahrstuhl ins All bleibt also erst einmal ein Traum.